So, Checkpoint. Draußen sind welche. Gehe ich da lieber nicht raus? Noch nicht. Okay, jetzt. Oh Gott, das wird jetzt spannend. Haltes Gefühl. Einmal wieder bei Affe laden. Okay, dann darf ich halt nicht hier raus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Idee, take cover. Das war's. Ich habe das Gefühl, dass es wieder so ein Spezialgegner ist. Das sieht ja jedenfalls aus. Ich hasse dieses dämliche Mithangsschrank. Da muss ich es irgendwo anders hinlegen. Das vermasselt mir mehrmals jetzt die Tour. Und ich bin wieder hier, ganz am Anfang. Dieser Fights. Not bad. Really not bad. Okay. Ready for takeoff. Ich warte mal ab kurz. Da läuft die rote Suppe, als der Mann fiel. Passage. Das ist Angst. Das war jetzt schon wieder. Das war jetzt nicht wahr. Wir sind eh nicht ab. Das war jetzt ein Bewerber. Jäger werden. Das war jetzt für mich. Der Gäller hat ihn. Du bist du auch nicht mehr? Drei Männer sind gefallen. Wie es aussieht haben sie mich noch nicht gesehen. Na gut, es wird Zeit raus zu gehen. Alter, der Typ, der ist einfach zu heftig. Mann. Was? Was? Wir sind in der Nähe! Frau Rektor, zwei Männer sind gefallen. Die drei Männer sind gefallen. Okay, wenn die Anzeige voll ist, dann gehe ich wieder raus. Die kommen ja nicht freiwillig. Das war vielleicht keine so gute Idee. Das war vielleicht keine so gute Idee. Das war vielleicht nicht. Aber das war vielleicht nicht. Wir sehen uns wieder. You're exposed! Squad, take cover. I can't! Man down! Target's not in it! Oh, mein Gott. Stirb, du blöden Mann, ey, ich krieg einen zu viel. Ich krieg ihn. Team Katsudama! Fushiro! Sie kommen die nicht freiwillig, das heißt, Two Hands muss wieder. Und dann geht's. Schreibern. Looks like the HLC is clear. Copy, I'll approach. Keep your eyes open for that Blackhawk. Ganz ehrlich, weder Muni noch... ...leben. Ah, dankeschön. Interor 04 Infiltrierung. LZ ist heißes. Der Vierkampfeinsatzagent ist mit einer SSE GD-Escorter auf dem Weg zum Hauptquartier von... Acham. Die technische Offizierin von Vier steht bereit. Keine weiteren Informationen zur Situation im Amazham... Keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Das Eingriffsteam wird sich per Helikopter dem Hauptquartier von Amazham nähern und versuchen über das Dach einzudringen. Die Festnahme Vettels hält höchste Priorität. Der Vierfrontmann wird versuchen, den Status des vermissten SSGD-Teams sowie die Art der Bedrohungen zu bestimmen, um die militärische Vorgehensweise zu empfehlen. Dachsagen. Die Festnahme Vettels hält den Weg zum Hauptquartier von Amazham.